Megan Markeles königliche Verwandlung enthüllt, Fans schockiert über Rückblick-Schnappschüsse. Fans des Königshauses sind sprachlos, als sie Megan Markeles dramatische Modeverwandlung nach ihrem Beitritt zur königlichen Familie sehen, ihr Stil ist kaum wieder zu erkennen. Eine Videomontage von Megan Markeles Verwandlung von einer Schauspielerin zur Herzogin von Sussex hat Fans der königlichen Familie schockiert. Der auf TikTok gepostete Clip beginnt mit Rückblick-Schnappschüssen der 42-Jährigen aus ihrer Zeit als Hauptdarstellerin des amerikanischen Anwalts Drama Suits. Ihr Leben und ihr Stil begannen sich 2016 zu ändern, nachdem sie auf einer Reise nach London ihren heutigen Ehemann Prinz Harry kennen gelernt hatte. Das Paar verliebte sich laut dem Herzog von Sussex unglaublich schnell und begann schnell eine Fernbeziehung, bevor Megan über den großen Teich zog. Megan gab 2017 die Schauspielerei auf, bevor sie im Mai 2018 Harry heiratete und ein Leben voller königlicher Pflichten begann, nur um im Januar 2020 ihren Rücktritt bekannt zu geben, nachdem monatelang über Spannungen in der Familie spekuliert worden war. Megan ist inzwischen Mutter von zwei Kindern und hat sich bisher weitgehend zurückgehalten, auf die Leinwand zurückzukehren, obwohl die Netflix-Doku-Serie Harry & Megan nach ihrer Veröffentlichung im Dezember 2022 sofort ein Hit war und eine Rückkehr ins königliche Leben in der Zukunft so gut wie ausschloss. Der TikTok-Clip mit dem Titel von diesem zu diesem beginnt mit einem Schnappschuss von Megan, die lässig mit Baseball-Kappe, schwarzem T-Shirt und Jeans gekleidet ist. Weitere Schnappschüsse zeigen mehr von den Looks des ehemaligen Hollywood-Stars in starkem Kontrast zu den anspruchsvolleren Auftritten, die sie heute gewohnt ist. Der Übergang ist offensichtlich und die Meinungen gehen auseinander. Einige meinen, sie hätte den anderen Royals in glücklicheren Zeiten beim Stylen helfen sollen, andere kommentierten beide Epochen ihre Garderobe. Sie ist für immer und ewig eine Stil-Ikone, schwärmte ein TikTok-Nutzer als Antwort. Ein anderer schrieb, sie hatte schon immer Stil. Aber man muss akzeptieren, dass sich ihr Stil verbessert hat, als sie zur Royals wurde. Punkt. Und ein dritter lobte, sie hat sich wunderbar weiterentwickelt. Andere Leute waren jedoch nicht so schmeichelhaft. Es ist verabscheuungswürdig und passt nicht zur königlichen Familie, wetterte eine Person. Ein zweiter wetterte, sie hat immer noch null Stil und ist nicht mit unserer schönen Karte zu vergleichen, die mehr Stil hat als eine Narzisstin. Punkt. Ein dritter Nutzer schäumte, ich wünschte, sie würde ihren eigenen Stil behalten und nicht versuchen, Diana zu sein. Punkt. Und ein vierter Schrieb, wenn das Geld reinkommt, kannst du aufräumen. Punkt. Punkt. Punkt.